Ich glaube, dass die SPD ein bisschen mehr links sein kann und dass wir auch noch neue Ziele schaffen müssen, damit wir auch viele andere Gruppen ansprechen können. Also meiner Meinung nach viele Wähler, die auch andere Parteien wählen konnten schon oder waren schon unsere Wähler. Und sie sind woanders gegangen oder fehlen andere Parteien, weil die anderen Parteien auch die passenden Themen bearbeiten. Und im Endeffekt konnten wir das schaffen. Wir waren damals Volkspartei mit über 40 Prozent und jetzt sind wir weniger als 30 Prozent. Also meiner Meinung nach, das Problem liegt nicht eine andere Partei, sondern mancher Personal, mancher Themen.